Ich habe ja die alte Pal, die habe ich ja vor ein paar Wochen mal bei DM getroffen und da stand die da irgendwie in der Reinigungsmittelabteilung und war nach vorne gebeugt, ja, und hat ihren abgemagerten Arsch hinten rausgestreckt, da bin ich an ihr vorbei, ja, und in dem Moment hat die alte sich bewegt. Dann dreht die sich um und sagt, oh, Verzeihung, ja, ich habe da bloß leicht gelächelt, eigentlich hätte ich sagen sollen, nee, Alter, verzeih dir dich, geh auf die Knie, tu Buße, ja, das ist doch ein bisschen in den Dreckstück, die Rolle, ein richtiges Stück Scheiße, dieses alte Mistvieh, ja, ich meine, ich würde die Frau nie anpacken, Aber in Gedanken habe ich dir meine Hand durch die Schnauze gezogen, dreimal, viermal, fünfmal. Die alte hat so viel Keile verdient, so viel Schläge in ihrer Fremde.